Hallo, mein Name ist Eike See, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wölfersheim und wir suchen dich für unser Team im Betriebshof oder als stellvertretende Bauabteilungsleitung in der Verwaltung. Unser Betriebshof hat vielfältige Aufgaben. Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bauhauptgewerbe mit entsprechender Berufserfahrung. Zu den Aufgaben gehören die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Erhaltungsarbeiten an Gebäuden und Einrichtungen der Gemeinde, das Führen von Baumaschinen und Einsatzgeräten und vieles mehr. Für die Verwaltung suchen wir eine stellvertretende Abteilungsleitung für die Bauabteilung. Dafür erwarten wir eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, möglichst als Techniker oder Technikerin der Fachrichtung Bauwesen mit mehrjähriger Berufserfahrung. Zum Aufgabengebiet gehören spannende Themen wie Straßenbau und Unterhaltung, öffentliche Sport- und Grünflächen und Kinderspielplätze, Landschaftspflege, die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung und unsere Friedhöfe. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewerbe dich jetzt. Bewerbungen sind einfach online über unsere Webseite möglich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.